Oh, Training fällt aus. Zuhause fit halten. Kein Problem. Ich glaube, das mit dem Zuhause fit halten machen wir anders. So, zum Anfang hast du mal was für Fitness, Kraft und Ausdauer. Die Fitnessübungen bringen mich ins Schwitzen, verbessern meine Kraftausdauer und treiben meinen Puls nach oben. Genauso wie im Spiel. Die Herausforderung ist jetzt, trotz der hohen Anstrengung, so wenig wie möglich an Genauigkeit einzumüßen. Als nächstes trainieren wir unsere Reflexe mit meinem Assistenten Robert. Robert, bereit? Gute Reflexe, schnelle räumliche Erfassung und blitzschnelles Umschalten sind für mich spielentscheidende Fähigkeiten. Diese zu trainieren ist ein absolutes Muss. Macht das Bock. Nur Robert, der bekommt halt ein bisschen was ab. Ja, sorry Robert. Und jetzt kombinieren wir alles mit Mamba. Also, Vollgas. Yes, Volltreffer. Ja, Coach? Heine, wie war's Training? Ich bin richtig im Eimer. War anstrengend, aber hat Spaß gemacht. Könnt ihr zu Hause mit euren Kindern auch mal ausprobieren? Macht richtig Laune. Ich habe übrigens die neuen Trainingsgeräte ausprobiert. Die machen echt Laune. Ich glaube, das wäre was für die Mannschaft. Ich bringe die einfach mit in die Halle. Also, bis die Tage. Ciao, ciao.